Hallo und herzlich willkommen hier auf unserem Kanal. Heute geht es nach Akt 5. Wir werden in die Westmarke reisen und werden Unterschlupf in der Kathedrale der Saccharum finden. Was so alles Spannendes passiert, seht ihr hier in dieser Folge. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen. Wir wollen in den nächsten Akt und zwar nach Akt 5. Da gibt es bestimmt eine schöne Sequenz gleich. Sieg und Opfer, Neutrophäe. Neutrophäe. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Wir sollten nach unten, denke ich mal, ja, modernde Kanalisation, da, Kanalisationsschlange, meine Fresse. Das ist natürlich nicht schlecht, ne? So, hier ist es, altes Lagerhaus von Westmark, okay. Hier haben wir schon unsere ganzen, so mit ihm sollen wir sprechen, mit Victor, aber vorher wird die Ausrüstung gecheckt, ganz klar. Stiefel taugen nichts, Gürtel auch nicht, Schwert nicht, Handschuhe nicht, das ist alles ganz schöner, doch, dieses hier, das Schild ist gar nicht so schlecht. Ganz schön, das benutzen wir jetzt auch mal, dann die Ringe, so, dann habe ich natürlich noch zwei goldene gehabt, ne? Was war das gewesen? Ah ja, zum einen, Monsterjäger, das Ding ist ja mal geil, oder? Das wollen wir gleich mal ausrüsten, und zum zweiten haben wir, na, oh, Maltorios versteinerte Stachel ist jetzt von den Werten her auch ganz cool. Plus 25, maximal Essenz, nur Totenschwörer, wäre natürlich eine richtig geile Waffe, für unseren, na gut, ne, stehe ich jetzt gar nicht drauf, so Stangenwaffen. Und hier haben wir, ja, können wir uns jetzt aussuchen, das hier wäre für den Totenschwörer gut, aber ich denke mal, wir nehmen das Schild, das sieht cool aus, in Kombination mit dem, ähm, Säbel, den wir in der Hand haben. Aber, puh, ja, so eine richtig gescheite Waffe kriegt der auch nicht bei, ne? Das ist schade eigentlich. Das ist auch nichts. Ringe, ne. Das ist ein 80 Stärke, hat er immer noch an, weil es cool ist, ne? Hier hat er gar nichts, also, es sieht nicht so schön aus, wie es sieht, das macht schon was her, finde ich, also, es sieht gut aus, ne, die Klinge. Das ist halt unser, genau, unser Händler. Und das hier alles, das tun wir jetzt mal alles verkaufen. Brauchen wir nämlich nichts. Das hier auch. Das hier auch alles. Okay. Revarieren. Am besten alles. Okay. Gut. Wir reden mit Viktor. Es ist das Ende der Welt. So viele wurden getötet und die Seelenärter sind überall. Gibt es Überlebende? General Torium verteidigte eine Gruppe Flüchtlinge bei der Alpen-Zucker-Rum-Kathedrale. Doch wahrscheinlich sind sie alle bereits tot. Das wird sich zeigen. Okay. Wir reden mit Westmark. Das sollte jetzt kein Problem sein. Ja, wir laufen durch die Straßen von... Ja, wo kommt das? Respekt. So, dann haben wir unseren ersten Gegner. Ja, die Klinge sieht schon geil aus. Ja, ganz toll. Sonst nur hier diese Handlanger übrig gelassen. Ja, aber nicht mit uns. So, wir wollen ja... ...ganz woanders. Nicht in Präsenz können wir momentan raushauen. Selbst die Seelenärter können wir hier aussaugen. Ist schon cool. Was ist das da? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Auf dem Namen. Sehr cool. Ich mag das hier so durch die ganzen Gänge zu laufen. Durch die Straßen. Das ist schön. Jetzt haben wir hier, das wird zu sein. Da werden wir hier hinten lang laufen müssen. Da haben wir schon eine ganze Horde. Das ist hier ein Diamant. Okay, dann gucken wir auch nicht auf. Dann haben wir einen natürlich nicht auf. Pack mal einen. Hier haben wir einen... Keine Ahnung. Da haben wir jetzt gerade noch gehalten. Da... Na gut, das war jetzt auch schneller hin, als wir geschaut haben. Da gibt's... Ah, noch mehr. Da gibt's auch noch... Ich weiß nicht, ob der heute der Boss sein muss. Ah, da seid ihr. Tyrael ist auch da. Ich habe noch nie einen solchen Angriff erlebt. Warum hat Maltail seine Armee nach Westmark geschickt? Er ladt sich am Tod. Jedes Leben, das seine Sehnen-Ernter nehmen, macht ihn stärker. Jetzt, da das oberste Übel fort ist, hält Maltail den perfekten Zeitpunkt für gekommen, um den ewigen Konflikt zu beenden. Die Menschheit hat mit diesem Krieg doch nichts zu schaffen. Allerdings. Die Kathedrale. Alle Flüchtlinge befinden sich dort. Folgt mir. Hm. Ja, okay. Das ist natürlich ein ganz gut für den fünften Teil. Übles Tod. Das große. Was für ein Wesen ist das? Und... Ja, Kassadja. Oder auch nicht. Wenn man bucht, kann man reingucken, oder? Nein, reingeht man nicht. Na, okay. Tyrael. Ich weiß nur, dass er sich nicht mehr im Westmark befindet. Er könnte den schwarzen Seelenstein überall hingebracht haben. Gibt es noch weitere Hinweise? Vielleicht. Als Maltail ihn stahl, brach ein Splitter ab. Vielleicht kann ich seine Pläne nachvollziehen, wenn ich den Splitter untersuche. Dann müsst ihr hierbleiben. Ich werde für Westmark tun, was ich kann. Meine Erkenntnis wächst. Stufe 42, ja. Es sind jetzt auch so nicht mehr viele übrig, ne? Also wir sind noch da und unser Paladin, Tyrael, alle anderen. Natürlich nicht. So. Ah, okay. Hier stehen noch ein paar Leute rum, wenn wir nochmal hier die Generalmacher ansprechen. Sie wollte dort eine Sphäre erschaffen, die die Lebenden in Maltails Todeskreaturen verwandelt. Eine einzige Sphäre kann jede Stunde hunderte Unschuldige transformieren. Meine Männer berichten, dass es zwei Waldrinder stattgibt. Seelentiegel. Mit zweien davon verfügt Maltail über eine schier unerschöpfliche Versorgung mit Soldaten. Diese Marie war nicht dafür gedacht, auf diese Weise verwendet zu werden. Das werde ich nicht zufrieden. Dann wollen wir mal aufbrechen. Da geht's weiter. Was haben wir da? Ah ja. Altstadt von Westmark. Das ist cool. Da liegt ja schon Ursaelsbeutel. Das wollen wir uns mal an. Ich werde nicht versagen, denn die Anwesenheit meines Meisters in den Hohen Himmeln wird dringend benötigt. Da ihm Maltails wachsende Faszination mit den Menschen aufgefallen war, wie Tyrael mir in Santurario mit der Suche zu beginnen. Na gut. Dann wollen wir halt mal den... Das Team will doch mal finden, ne? Dazu müssen wir ja durch die Stadt laufen. Wir haben ja so eine... Todesneid. Und diesmal nicht die Chefin. Die haben wir ja dann vernichtet. Das haben wir nur auf die Hand, ja, ne? Jetzt schon war es nicht so cool, aber es ist nicht so cool. Das ist ein cooler Monster. Ich finde auch mein Schwert cool. Den haben wir hier. Und da saß der Abscheuliche. Er hat den Schlag auch nicht gehört. So klein ist die Stadt natürlich nicht. Da kann man auf jeden Fall sich auch mal verlaufen. Hütte des Geizkragens. Puh, ja. Da gehe ich jetzt nochmal rein. Nachdem wir alle besiegt sind. Dann schauen wir uns hier mal um. Oh ja, Kisten. Ton ist das Geizkragen, ne? Lassen wir uns das Mann hören. Und mein heuchlerischen Nachkommen. Wenn ihr das hier liest, dann bin ich tot. Und ihr seid hier, um euch mein Erbe unter den Nagel zu reißen. Okay. Das könnt ihr euch... Wir müssen beim ersten Mal die richtige Druhe öffnen. Und dann bekommen wir Einsprüche. Also ich mach mal... So dass ihr es nicht einmal versichert. Genießt der Essen. Ja, das ist ja wurscht. Kommen wir mal die noch. Und die hier. Das ist eins, das haben wir hier oben. Das ist... Das ist ganz normal. Die hier... Ereignis beendet. Wartensicht noch nochmal. Schau mal. Sieht schon geil aus, ne? Kann man nichts sagen. Okay. Wir machen jetzt Schluss. Und im nächsten Teil geht es weiter. Da werden wir dann den Tiegel suchen. Und bis dahin wünsche ich euch was. Macht's gut.